Erleben Sie die siebte Bahn in Bau Eberswalde, die Fachmesse rund ums Bauen, Sanieren, Renovieren und Energiesparen. Erfahren Sie die neuesten Trends, erhalten Sie gebündelte Informationen und lernen Sie Wissenswertes in informativen Fachvorträgen. Rund 80 regionale und nationale Aussteller präsentieren ihre Angebote und Dienstleistungen. Kommen Sie zur Bahn in Bau Eberswalde 2012 am 31. März und 1. April im Familiengarten Eberswalde. Auch Bachmann Immobilien wird vor Ort sein, am Messestand 139. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.